Hallo? Ist da jemand? Oh, hey, es geht. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Jo, etwas lange her, dass ich wieder ein Video hochlade, ich meine 4 Wochen jetzt knapp. Zwar gibt es auch einen Grund dafür, mein PC war kaputt, also mir ist mein Mainboard abgeraucht und ja, dauerte ein wenig. Ich war, ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt kurz einen One-Taker machen. Ich will euch nur erzählen, was los war und dass jetzt auch wieder Videos kommen werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nächste Woche, also ich versuche wenigstens eines herauszubringen, nur ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, weil ich keine Ahnung habe, was, wo, wie, wo, wann. Weil ich habe, glaube ich, 4 Videos begonnen zu bearbeiten und keine Ahnung, wie weit ich mit denen bin. Und ja, und habe momentan auch, ist noch eine Menge Stress. Und sonst, ich werde in anderen Videos dann noch genauer darauf eingehen. Und ja, dann glaube ich es ja noch einen Giveaway zum Auflösen. Das werde ich jetzt dann auch noch nebenbei machen. Das ist glaube ich zu gewinnen. Warte mal kurz. Das ist immer etwas leiser drin. Nicht, dass man dann doppelt hört. Eine AWP Fever Dream. Keine Ahnung jetzt, wo die ist. Aber auf jeden Fall gab es eine Fever Dream zu gewinnen. Die geht dann auch raus. Und zwei Keys. Die Keys habe ich sogar da. Ich sehe gerade, ich habe da noch eine Kiste, die mache ich jetzt auch noch nebenbei auf. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich werde jetzt dann ab nächster Woche wieder ein Video rauskommen. Ich weiß jetzt noch nicht wann oder welches. Keine Ahnung. Die Kiste war jetzt nicht so nice. Aber ja, wie gesagt, es gab auch ein paar, genau, da ist die Viewer Dream. Es gab ja auch ein paar D-Abonnenten, was ich gemacht habe. Was auch irgendwie klar ist, weil ja gut, es kann wochenlang keine Videos. Aber es würde mich interessieren, wer jetzt noch da ist und wer jetzt noch aktiv ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hi oder irgendwas. Dass ich halt weiß, okay, Maitube ist noch da. Und sonst, ja. Ich kann nur sagen, es war ein Horror. Vier Wochen lang oder knapp einen Monat kein PC. Man kann nichts zocken. Ich konnte gar nichts machen. Genau, der erste Preis ist Veggie Styler. Also die AWP Fever Dream. Hätte ich vielleicht zuerst noch sagen sollen, dass der erste Preis die Fever Dream ist. Ähm, Veggie Styler, die bekommst du. Ich hasse das mit dem Spamen. Ja, gut. Und du hast aber gewonnen. Gut, der zweite Preis ist ein Key. Ich weiß, also, welcher Key? Ich habe da einen... Was habe ich da für eine Key? Lol. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade die Kiste... Nee. Jungs. Ja, okay. Dann... Der zweite Preis ist der Spectrum Schlüssel. Und der dritte Preis, der könnt ihr mir noch in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise der, was gewinnt, kann sich das dann aussuchen. Ich werde ihn dann halt auf OP-Skins nachkaufen. Weil sonst habe ich dann einen Trade Bun. Dann... Wenn ich jetzt einen neuen kaufen würde. Okay, der Spectrum Schlüssel geht raus an. Fuck, wer klickt? Der Spectrum Schlüssel geht raus an. Zwiesel for the win. Nice Inventar, ja. Geschrieben, also kommentiert. Glückwunsch an dich. Und der dritte Schlüssel. Wie gesagt, du kannst dir jetzt aussuchen, was für einen Schlüssel du haben willst. Du brauchst mir nur in die Kommentare schreiben. Und ich werde dir den besorgen. Der Gewinner ist FelixRandomShit. So, Glückwunsch mal an euch drei. Ich werde euch kontaktieren. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Wer halt schneller ist, ich oder ihr. Ansonsten, ja, ich habe eigentlich noch einige Videos geplant. Wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, vier angefangen zu bearbeiten. Die ich, ja, irgendwann, im Laufe der Zeit, jetzt rausballern werde. Aber ich habe jetzt momentan noch mega viel Shit am Bienen. Also, ich habe einiges zu tun. Deswegen, ja, wird nächste Woche ein Video kommen. Also, ich versuche, dass wir nächstes eines kommt. Aber dann spätestens übernächste Woche sollte sich das wieder alles beruhigt haben. Und dann normal weiterlaufen. So, ja, glaube ich, habe mal alles gesagt. Wie gesagt, das ist jetzt ein One-Taker. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann mal das Giveaway auflosen. Weil ja, nächste Woche ist dann schon der August. Und dann wäre halt direkt das nächste Giveaway, was kommen würde. Beziehungsweise kommt, ja, es kommt halt übernächste. Wie gesagt, mal schauen. Ähm, ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Jetzt nach die vier Wochen ging einiges. Ein paar Monate. Ich muss halt jetzt wieder schauen, dass ich meine YouTube-Statistik wieder hebe. Also, einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch da seid. Damit ich weiß jetzt, wer jetzt noch aktiv ist. Wer mich die abonniert hat und wer nicht. Und sonst, ja, wie gesagt, nächste Woche kommt ein Video. Ich weiß nicht wann. Aber ich versuch's. Und wenn es kommt, zieht es euch rein. Schaltet ein. Dann sage ich euch tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Bis zum nächsten Mal.